mal herzlichen nächsten paar gab es mal da kp freut mich dass der video eingeschaltet hat wir sind heute als breitstifter unterwegs heißt uns dann wohl drauf kommt er hier so waffen motor cocktail die sie gucken wir jetzt mal machen jetzt hier ja schon so opfer gefunden ihr folge stehen die beiden ja das wird jetzt nicht erst mit den typen falsch ok jungen kusch dich doch fähig man hat bei dir weg der freundet brennt kommt nun gemacht kopf zu jungen machen kopf zu halt macht die busche zu kindergarten hat geschlossen jungen also was klärtner wissen kann sie macht jemand kinder garten ja passt schon mal kommt zu ja ja ich komme sofort ja okay ich glaube ich habe hier stehen alles gut schön tag noch scheiß wurde okay er hat einen fahrstuhl mal gucken so warte mal warten wir gleich um sie fahren mit dem fahrstuhl wieder runter mal gucken da ist es der kopf digga das was kommt ich habe richtig getratet ich war richtig ruhig konzentriert ja hat mich der versteckung rufen ja das fänden brennt immer noch mein gott btf egal okay aber wir müssen mal wissen uns noch die lose können da war böse ja auch fast der erste color steht auch steht auch steht auch steht okay wir müssen die noch weg noch mal weg treu halten hier er gibt noch ein bisschen sehr auf den sack warm ich hoffe wir dürfen uns jetzt nicht hinterher muss mal gucken müssen wir gucken der kappel zu und die noch nicht so gut bitte sagt der erste klar kommt die hoch bitte sagt es bitte warte mal kurz ich glaub er hat mich gar nicht hinlaufen sehen was für ein pleb egal wir raus hier aber ich kenne echt die besten verstecke ne hä jungen wie die tür nicht auf der kreis hat nur geleckt junge kann sagen scheiße junge egal so gut was kommen wir uns machen turist was nein es gibt nicht scheiße machen wir einfach mal dann ok das wir lassen den skip lassen den skin auf jeden fall der andere schweiz so ein bisschen die polizisten abpacken das kann ich ja gut polizisten jetzt hier jetzt nicht wirklich belastend diese kam ich schrei guten tag wollen sie angepinkelt werden wie geht es ihnen daher waren sie ein bisschen kacken gesicht ups der herrse mit kackener jacke das ist ja ganz schön ich habe das wissen auf abstand gehen das ist nicht gut hier doch vorweg hallo weg jetzt von hier herriger polz ist brauche kacke die unterst die ganzen witzig warum machen die nix die seien witzig was vermisst wichtig okay okay das ist das anexpekt um unwitzig ja hier leider kustig was durch sich ab doch mal abwürfen ok wir hatten ja so wie ich alter ich bin einfach der beste ja ich muss ich muss mal angeben damit die polizisten unwitzig die machen da jetzt guck mal macht nichts das ist ein polizist junge er machte einfach gehackt steht man ist das hier hat so langweilig leuer macht dabei dabei guten tag herr becker wie geht es ihnen denn heute so ein bisschen kacke an wie ein bisschen kacke dran kassel ist aber stimmt damit ihm was nicht stinken sind so warum stecken sie noch kacke ich höre es mögen ihre kunden nicht mehr gleich besser aus wenn sie so ein bisschen braun ist die ist ja gar nicht voll mit kacke das muss geändert werden junge kacke ran ins auto was sonst was sonst ja boah ich ruf jetzt die polizei hat du rufst die polizei ja ich muss die polizei rufstisch okay das ist nicht so wichtig mit sich wir noch mal davon was anderes nach meinem schecker so das ist einfach nicht witzig denn das ist das ist das ist nicht gut nochmal schalke an guck ob auf die leute abschleppen können ist besser das auf jeden fall so und verkürzt dieser auspaarpunkt wie es weiter geht es in der nächsten part welches gefällt das aber dabei habe ich jetzt von mir hilft die acht vor allem noch voll zu bekommen diesen mord und weiße spenden bei vier und dann beschraubt spenden denke ich auch über zwei haut rein bis nächste folge